FANTASTIC und mal gucken wie wir da so alles treffen genau, wo wir so landen Wir haben uns gerade noch einen Kaffee geholt natürlich, also ich zumindest eher nicht Ausnahmsweise ein Brötchen habe ich auch noch und ja, dann würde ich sagen, wenn wir uns überholen erstmal den Edeka und dann sehen wir uns später wieder bis später, bis gleich Ja, wir sind jetzt in Köln irgendwo auf dem Parkplatz hier, müssen mal gucken wo wir jetzt hin müssen Er hat sich gerade noch schick angezogen hier Können wir mir ganz geschickt gerade meine Ärmel hoch von meinem Hemd Und ja, wollen wir gucken Dann müssen wir gleich noch ein paar Pics aufreißen Ich bin auf der Gänze natürlich und ein paar Gamer-Tipps Oh, jetzt hat jemand aus Hamburg angereist Die hat nicht so hohe Ansprüche, deswegen dachte ich wir versuchen dann mal unser Glück Genau, wir müssen auf jeden Fall jetzt Wir müssen jetzt mal gucken, wo wir hin müssen und ja, würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich wieder irgendwann Da hinten pinkelt schon der Erste an die Mauer und ja, bis gleich Ja, so, wo müssen wir jetzt hin? Ich helfe aufs Klobe Alles klar, ja Ich sitze hier gerade an Wir haben jetzt gerade hier unsere schicken Presse-Tickets gekriegt Und ja Es wird lauter auf jeden Fall Ja, dann hört man schon ein bisschen Gelächel Ich hoffe, man hört uns noch hier Wir haben leider noch kurzfristig kein Mikro mehr bekommen Ja, genau Schauen wir uns mal, wo wir so hin müssen Und wir sehen uns später wieder Ja, ich habe einen großen Star gefunden, der jetzt hier gleich aus der Toilette kommen wird Und deswegen nochmal mal die Klappe ab, das ist natürlich nicht besser Äh, nicht schlecht Tadaaa Ja, erster Stand direkt am interessantesten Spiel hier auf jeden Fall Das sieht man jetzt schlecht Landwirtschaftssimulator 2017 Schon krass Naja, wir gehen mal weiter, würde ich sagen Welche gibt es für Nintendo auch noch? Du siehst, ich meine hinten ausgeblüht Wo denn? Ach da, hier gibt es sie Komm, wir gehen mal dahin Ja Ja, wir haben jetzt einen Stand gefunden, der uns besonders gut gefallen hat. Also ja, ich habe jetzt hier mein erstes Bier und es wird hoffentlich nicht das letzte bleiben für heute. Obwohl ich ja noch fahren muss. Ja, wir sind ja noch ein paar Stunden hier. Du musst auch auf dein Gesicht halten, ne? Besser nicht. Ich will vielleicht andere Körperpartien jetzt vielleicht besser. Ja, ja. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal gucken, dass wir hier irgendwo noch einen Weg uns auch senken, wo wir rumlaufen, dass wir auch alles mitkriegen. Wir waren gerade schon hier in der Halle B oder F oder wie auch innen drin stand B dran außen. Wie auch immer. Jedenfalls haben wir gerade schon eine Runde Pro-Rushy-Tocker gezockt. Zeitus 15, genau. Ich habe übrigens gewonnen. Reit mal da drüber, da sind alle mit einer Pikachu-Mütze. Jo. Auch nicht schlecht. Gut, ansonsten ist hier jetzt noch nicht so viel los in den Hallen. Es wird nicht voller. Ja, aber gut, es ist ja trotzdem noch leer. Es ist ja trotzdem Pressetag, ne? Das heißt, obwohl es jetzt relativ voll ist, wird es an den nächsten Tag noch voller werden. Richtig. Na ja, warten wir mal ab. Matthias hat mir versprochen, weil er heute mein Geburtstag ist, hat er versprochen, er will sich heute mal so richtig besaufen. Ein bisschen rumrandalieren. Genau. Ich würde versuchen auf jeden Fall mal so noch das ein oder andere Video zu machen, zwischendurch mal draufzuhalten. Und dann bis dahin. Ja, all right. Ja, der muss mal weg. Gerade noch hier schöne Bratfrust gegessen. Man sieht, meine Reste liegen ja noch auf dem Kulli. Gibt noch eine Apfelschorle. Wir haben immer noch nicht den Ton gefunden. Den suchen wir noch. Den suchen wir noch. Aber dafür haben wir gerade schon Hadi und Chris an uns überlaufen sehen. Der war ganz einfach ganz angespannt. Auf jeden Fall, ja. Ich habe auch noch keine Hose. Super. Ja, gut. Vorne sind gerade noch hier so ein paar verkleidete Soldaten. Ich weiß nicht, was die da genau veranstalten. Die in den blauen Rücken. Ja. Genau. Und ja. Wir wollen mal gucken. Was hier gleich noch so geht. Und dann würde ich sagen. Das ist echt mal. Das ist für mich immer der Start in eine große Vlog-Karriere. Auf jeden Fall. Bis später. Ja, also wir hier bei League of Legends standen. Da war hier so eine riesen Bühne. Ich kenne da Spiecher leider nicht. Ich habe nicht so ganz verstanden worum es geht. Aber um 13 Uhr beginnt ich auf jeden Fall eine Show. Quasi in zwei Minuten. Deswegen wollen wir mal gucken, was jetzt hier so abgeht. Und ja. Da hinten drin findet gerade irgendwie so ein Ligaspiel statt. Australien gegen Russland. Wie war das Australien? Ja jetzt wurden wir gerade hier unterbrochen. Weil sich Freddy hier an so eine komische Popsteinmauer gelehnt hat. Die angeblich nicht stabil ist. Nicht, dass wir hier noch die Dekoration beschädigen. Da kommt das Teil von da oben und der macht uns kaputt. Er hat gesagt, normal ist es friedlich. Aber jetzt können wir es uns fressen, wenn wir die Mauer einschmeißen. Also. Ja, wollen wir mal gucken. Was hier gleich so passiert. Du stehst immer viel zu nah davor. Ja, da musst du weiter hinten gehen. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Aber wir müssen mal gucken. 13 Uhr geht die Show los. Und ja. Lass uns mal überraschen. Oder? Gäste! Ja. 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 Das ist ein Problem. Das sind ja auf jeden Fall mal ein neues Cosplay, was die Daten gemacht hat. Definitiv schon recht geil. Gut. Ja. Da kriegt man ja richtig Angst hier. Das ist ganz mythisch gehalten hier alles. Wir gehen da mal hin. Guck mal. Was ist denn das? Magic 2015. Jahge größere Beute. Da hinten haben wir die AMD-Bühne. Ist allerdings jetzt gerade noch nicht ganz so viel los. Jetzt gehen wir mal wieder in die Entertainment-Area hier, oder wie sie das nennt, zur Halle 6 bis 9. Ah, dann muss man wieder hier. Der Raucherbereich. Der ganz große Entertainment im Raucherbereich heute. Was ist denn da noch? Grey Good. Ne Grey God. Ne Grey Goo. Mit Live Kommentar. Dann gehen wir mal wieder zurück, würde ich mal sagen. Ja. 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 Jörgut. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018